Die sozialen Medien. Ein Ort, wo sich Leute beim Schminken filmen, beim Essen zubereiten, beim Essen essen, wie sie sich beim Bügeln filmen und das Ganze nennt sich soziale Medien. Dabei kann es doch so viel mehr. Wir können mit diesen Videos hunderte, tausende, sogar Millionen von Menschen erreichen und wir nutzen dieses Medium, um uns bei alltäglichen Dingen zu filmen und das der Welt zur Schau zu stellen. Das ist doch grotesk. Lass uns doch lieber aus den sozialen Medien wirklich soziale Dinge machen. Zum Beispiel Menschen helfen und in diesem Video werde ich euch fünf Dinge erklären und die nicht länger als zwei Minuten schildern. Und am Ende des Videos kannst du dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Du kannst Menschen helfen und du kannst sogar Menschenleben retten. Und das alles in einem ganz kurzen Video. Und jeder, der nach diesem Video seinen Beitrag leisten möchte an der Welt und an der Menschlichkeit, der kann einfach den Hashtag richtig helfen benutzen und ihn unter dem jeweiligen Foto oder Video posten, sodass alle anderen daran teilhaben können. Lasst uns also die Welt ein Stückchen besser machen und die sozialen Medien dazu nutzen, sie auch sozial zu gestalten. Viel Spaß bei den fünf Dingen, die Leben retten können. Der Countdown läuft für die Organspende. In unseren Nachbarländern ist es zum Beispiel so, dass man automatisch Organspender ist. Hier in Deutschland muss man sich aktiv darum bemühen. Und nichts leichter als das. Ihr geht einfach auf euren Webbrowser und gebt ein Organspende und drückt auf Enter und schon der erste Treffer ist die Seite des Organspendeausweises. Und hier kannst du kostenfrei deinen eigenen Organspendeausweis beantragen. Der wird dir zugeschickt, alles kostenfrei. Und du kannst dann auswählen, möchtest du denn nur Organe spenden, möchtest du auch Gewebe spenden. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die man spenden kann. In den meisten Fällen betrifft einen die Organspende ja nur dann, wenn im Bekannten- oder Freundeskreis doch irgendjemand auf eine Organspende angewiesen ist. Zum Beispiel der Onkel dritten Grades braucht jetzt eine Leber, um weiterleben zu können. Und auf einmal denkst du dir, ja warum denn eigentlich nicht? Und warum denn eigentlich nicht? Du brauchst deine Organe im Falle eines Hirntodes nicht mehr. Die sind zwar noch durchblutet, aber du bist eben nicht mehr lebensfähig und auch nicht entscheidungsfähig. Und wenn du jetzt diesen kleinen Ausweis in deinem Portemonnaie hast, wissen die Ärzte ganz genau, okay, die oder der möchte die Organe zur Verfügung stellen. So kannst du also auch, wenn du nicht mehr entscheidungsfähig und auch nicht mehr lebensfähig bist in dem Sinne, noch dazu beitragen, dass andere Leben verlängert oder auch sogar gerettet werden durch einen Organspendeausweis. Diese Entscheidung kann und muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich, ja man denkt über die eigene Endlichkeit nach, ist nicht schön. Aber wenn man in dieser Endlichkeit noch was Gutes tun kann, sollte man sich das doch gut überlegen, ob es das nicht wert ist. Es kostet nicht mehr als ein paar Klicks und schon bist du Organspender. Thema Stammzellenspende. Wir kennen diese Bilder alle. Kleine Jungen oder Mädchen mit einer Glatze durch die Chemotherapie, ganz blass, Seucheringe unter den Augen, Leukämie. Was würde man da nicht gerne helfen, damit es den Kindern oder auch den Erwachsenen besser geht unter ihrer Leukämie? Aber uns sind ja die Hände gebunden. Mit nicht, nichts ist einfacher als Stammzellen zu spenden bzw. sich zu registrieren für eine Stammzellenspende. Auch hier nichts einfacher als das. Man geht einfach auf seinen Webbrowser, gibt einem eine Stammzellenspende und kann sich dann eine Datenbank quasi raussuchen. Da gibt es diverse und je nach Gusto kann man sich da eine raussuchen. Die sind alle gleich gut. Bekommt dann einen so netten Wattetupfer. Den schickt man dann ein. Dann bist du automatisch für die Stammzellenspende registriert. Und jetzt beginnt bei den Leuten, die dafür zuständig sind, die Suche nach einem passenden Spender. Diese Gene, die du hier abgestrichen hast und eingeschickt hast, werden molekulargenetisch untersucht. Und wenn du wirklich einen genetischen Zwilling hast, bekommst du irgendwann Post von dieser Datenbank. Und die fragen dich dann nochmal, ist es dabei geblieben, möchtest du Stammzellenspenden etc. pp. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann passt es wirklich hundertprozentig. Du hast einen genetischen Zwilling und kriegst irgendwann mal einen solchen Brief. Hallo unbekannter Stammzellenspender. Mein Name ist Punkt. Ich bin 68 Jahre verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Ein Familienvater. Ich konnte vor einigen Jahren Stammzellen spenden und ich kann euch sagen, es ist überhaupt kein Aufwand für das, was ihr leisten könnt. Ihr könnt ein Leben eines Familienvaters zum Beispiel einfach um viele Jahre verlängern, wenn nicht sogar heilen. Vor allen Dingen bei Kindern ist diese Erkrankung sehr gut heilbar mit den richtigen Stammzellen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist so wenig Aufwand für so viel Wirkung. Und man kann immer wieder ein Rückzieher machen. Aber glaubt mir, wenn da irgendwo mal die Post kommt und sagt, da gibt es einen potenziellen Empfänger, dann macht ihr keinen Rückzieher mehr. Dann denkt ihr, okay, ich kann richtig helfen mit ein bisschen Pieksen, mit ein bisschen Blutentnahme und schon habe ich ein Leben vielleicht sogar gerettet. Also Stammzellenspende jetzt registrieren. Ich mache euch mal meinen Link, wo ich mich registriert habe, unten in die Infobox. Und dann lasst ihr euch registrieren und schauen wir mal, ob da jemand Glück hat. Blutspenden. Blut rettet Tag für Tag für Tag in großen und kleinen Kliniken Menschenleben. Und Blut kann man nicht einfach so herstellen. Das wächst nicht auf Bäumen, sondern wir müssen für andere Menschen etwas abgeben. Wir müssen Blut spenden. Junge, gesunde Menschen haben genug Blut, um davon ein bisschen was abzugeben. Und es kostet nichts mehr als ein bisschen zeitlichen Aufwand. Ansonsten, es kostet nichts. Es kostet uns lediglich einen Pieks in den Arm. Und schon kann man Leben verlängern und Leben retten. Ja, aber wo kann ich denn Blutspenden? Und das dauert ja viel zu lange und keine Ahnung. Auch hier nichts einfacher als das. Ihr geht in den Webbrowser, gebt ein Blutspenden plus die Stadt, wo ihr herkommt. Und puff, bekommt ihr sofort die ersten Treffer, wo ihr am nächsten Blutspenden gehen könnt. Und zeitlich, ihr bekommt es vor der Arbeit hin, ihr bekommt es nach der Arbeit hin, ihr bekommt es irgendwann zwischendurch mal hin. Es ist auf jeden Fall Zeit, diese eine Stunde zu investieren, um Blutspenden zu gehen. Eine Stunde deines Lebens für viele, viele Jahre vielleicht für das Leben eines anderen. Das ist, glaube ich, keine schwierige Rechnung. Es gibt verschiedene Blutgruppen und die kommen auch verschieden häufig vor. Und vielleicht hast du gerade eine Blutgruppe, die super selten ist und wo super wenig von existiert. Und deswegen wärst du vielleicht ein guter Kandidat, dass du Blutspenden gehst, um da anderen Menschen zu helfen. Denn Blutspenden ist wirklich ein Leichtnis. Es ist nicht mehr als ein Pieks und dann habt ihr es geschafft und ein gutes Gefühl. Soll ich euch was sagen? Wir hatten alle einfach nur Glück. Wir hatten einfach nur Glück, dass wir da geboren sind, wo wir geboren sind. Mit einer Schulbildung, mit einem Gesundheitssystem, was wirklich seinesgleichen sucht. Mit einem Dach über dem Kopf, mit einem warmen, weichen Bett. Wir haben einfach nur Glück gehabt, dass wir hier geboren sind. Wir hätten überall auf die Welt kommen können und hätten auch in Ländern auf die Welt kommen können, wo es eben überhaupt kein Gesundheitssystem gibt, wo es überhaupt keine medizinische Versorgung gibt, wo es keine Schulbildung gibt, wo ein täglicher Überlebenskampf herrscht, wegen irgendwelcher banalen Infektionen, wegen Hunger, wo man eben keine Schulbildung hat und eben nicht aus dieser Spirale rauskommen kann. Man hat überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und dafür gibt es viele Organisationen, die solchen, vor allen Dingen auch Kindern, die überhaupt nichts für ihr Pech oder ihr Schicksal können, helfen, die medizinische Versorgung zur Verfügung stellen, die Essen zur Verfügung stellen, die schulische Bildung zur Verfügung stellen, die Schulen bauen etc. Da gibt es noch und nöcher Organisationen. Ihr könnt euch einfach im Internet austoben, euch eine rauspicken, euch durchlesen und schauen, gefällt mir die, gefällt mir die nicht, möchte ich lieber Kindern helfen, möchte ich der Forschung helfen, möchte ich der Natur helfen, wem auch immer ihr helfen möchtet. Es sind vielleicht, sagen wir mal, 5 Euro im Monat, die, glaube ich, fast jeder erübrigen kann. 5 Euro tun vielleicht dann doch nicht so weh am Ende des Monats. 5 Euro sind in dieser Welt wirklich nicht viel Geld. Und in anderen Ländern ist es fast ein Vermögen. Damit kann ein Kind vielleicht eine Woche lang warm ernährt werden oder Schulbildung erfahren. Also, für welche Organisation ihr euch auch immer entscheidet, es ist auch völlig egal unterm Strich. Denn ihr könnt einfach mit ein bisschen Geld helfen, anderen Menschen ein bisschen was von dem Glück, was wir hatten, abzugeben. Und den letzten Tipp, den ich euch geben möchte, es ist mehr eine Bitte. Bitte teilt dieses Video mit allen, die ihr so kennt oder denen es helfen könnte. Es heißt soziale Medien. Also lasst uns auch soziale Medien daraus machen. Und wer mich und meine Videos kennt, der weiß ganz genau, ich bin nicht auf den großen Fame aus oder auf den großen Erlös, nicht das große Geld. Aber ich bin auf Reichweite aus, um eben viele Menschen zu erreichen, um eben viel helfen zu können. Und es ist heutzutage so leicht, viele Menschen zu erreichen und vielen Menschen zu helfen. Wir müssen es einfach nur richtig anpacken. Und damit das nochmal unterstrichen wird, möchte ich den Erlös dieses Videos hier immer jeden Monat spenden. Und ich halte euch über die sozialen Medien auch auf dem Laufenden, welche Organisation ich denn welchen Monat jetzt unterstütze und wie viel überhaupt zusammengekommen ist. Denn es liegt jetzt an, euch dieses Video so oft zu teilen, dass es viele Klicks hat. Und deswegen kommt dann auch viel Geld zusammen. Und deswegen wird auch irgendwie viel Geld gespendet an eine gemeinnützige Organisation. In dem Sinne, teilen, teilen, teilen. Lasst es uns angehen. Überlegt mal diese paar Punkte, die wir jetzt angesprochen haben. Ist das nicht was für mich? Man muss ja nicht alles auf einmal abhaken. Aber vielleicht jetzt das neue Jahr zum Anlass nehmen, um die guten Vorsätze noch ein bisschen auszuweiten. Um einfach Gutes zu tun. Es ist extrem leicht. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Ciao. .